Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber beim Essenssortiment habe ich mich sehr stark ausgeturbt und ich glaube, ich habe so fast ziemlich jede Farbe, die man haben kann oder aus jedem Farbschema auf jeden Fall, aus jedem Farbbereich auf jeden Fall mindestens drei oder vier Farben. Und man sieht hier oben, glaube ich, ziemlich deutlich, welche Farben ich an sich auch sehr gerne trage. Und zwar, ich liebe einfach solche Nude- und Rosé-Töne. Das habt ihr bei den anderen Marken jetzt sicherlich auch schon gesehen. Und ich fange einfach mal mit dem Nagellack hier oben an. Der ist aus einer LE und zwar aus der Oktoberfest LE. Und das ist die Nummer 03 Herzl. Habe ich noch nicht so aufgetragen. Den hier hatte ich auch zweimal und der erste ist schon leer. Das ist die Farbe 111 English Rose und ich finde einfach, dass der Nagellack wirklich immer geht. Das hier ist jetzt die Farbe 153 Sweet on Nude. Und das ist ein Dupe zu einem Essensnagellack, den es schon mal gab. Und zwar den Ice Strawberry Cream, den ich auf Zweifel vermisst habe, als er aus dem Sortiment genommen wurde. Hier nochmal einen lieben Gruß an Stella. Stella, falls du dieses Video siehst, du hast mir damals gesagt, dass das genau die gleiche Farbe ist. Ich habe es mir nachgekauft und war begeistert. Du hattest recht. Es ist genau der gleiche Farbton wie der Ice Strawberry Cream. Und ich liebe, liebe, liebe ihn und es ist definitiv einer meiner drei liebsten Nagellacke überhaupt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Die nächste Farbe ist 01 Hazelnut Cream Pie und ist auch so ein Haselnuston, so wie er eigentlich schon heißt. Den hier finde ich auch sehr toll. Das ist so ein Glitzer-Nagellack und das ist die Nummer 103 Space Queen. Und liebe ich auch über Nude-Nagellack drüber. Ich finde das in Kombination, das sieht doch einfach, ja, das sieht ganz toll übereinander aus. Das ist jetzt hier die Nummer 07 Ice Ice Baby. Genau, Ice Ice Baby. Und dann habe ich hier noch so einen durchsichtigen Nagellack, weil ich manchmal einfach es bevorzuge, wirklich durchsichtigen Nagellack einfach zu tragen, um meine Nägel zu schützen, aber jetzt nicht unbedingt Farbe drauf zu haben. Als nächstes habe ich dann jetzt hier noch einen schwarzen Nagellack, obwohl ich einen von Bert & Wiles schon habe. Ich wollte die beiden aber gern vergleichen und finde den von Essence ein bisschen besser. Das ist die Nummer 144 Black Is Back. Den hier habe ich auch sehr, sehr, sehr häufig getragen. Das ist die Nummer 148 Prom Berry. Das ist so ein richtig schöner, dunkler, lila Ton mit ganz viel Schimmer drange und ich finde den wirklich ganz zauberhaft. Der hier erinnert mich ein bisschen an den Choose Me, den ich euch eben gerade schon gezeigt habe. Ich kann euch den ja nochmal hier hin halten. Also ich finde, die beiden sind sich sehr ähnlich, außer dass der hier noch ein bisschen grünstichiger ist. Dieser hier ist mehr blaustichig. Und das ist die Nummer 147 Miss Universe. Hier habe ich so ein, ja, Nachtblau, würde ich sagen. Und das ist die Nummer 129 The Boy Next Door. Und, ähm, ja, da sind auch noch silberne Glitzerpartikel drin. Und ich glaube, alle Nagellacke, die ihr jetzt hier sehen könnt, außer den aus der L.E., die könnt ihr so auch alle noch kaufen. Deswegen lese ich euch die Nummern jetzt auch alle einzeln vor. Das ist jetzt hier die Nummer 165, äh, ja, 165. Hier ist mein Number. Und das ist so ein Sparkling Sand Effect Nagellack in einem silberschwarz mit ganz vielen Bläulich- und silbernen Glitzerpartikeln drin. Und den hier kennt, glaube ich, jeder von euch. Das ist die Nummer 146 That's What I Mint. Und ein Dupe zu dem Essie, ähm, Mint Candy Apple heißt er, glaube ich. Ähm, besitze ich noch nicht so lange. Ich glaube, seit zwei Monaten. Also den Hype darum habe ich verpasst. Aber ich wollte auch gerne einen, ähm, ja, so einen bläulicher, bläulich-stichigeren Mintton haben. Ich habe schon einen grünstichigen, den seht ihr später noch. Das hier ist die Nummer 139 Walk on the White Side. Ähm, finde ich auch sehr interessant. So ein tan-farben-grün mit, äh, grünem Glitzer drin, ne? Und das ist hier so ein schönes, freundliches Froschgrün. Habe ich auch ein paar Mal geteilt. Den habe ich auch schon mal, ähm, ein paar Logos bei einer Verlosung von mir. Das ist die Nummer 150 up a green side. Und finde ich auch ganz, ganz toll. Ich glaube, die liebe Lena hat ihn damals gewonnen. Ähm, ja, liebe Grüße an dich, Lena, an dieser Stelle. Und das sind jetzt hier meine Nagellacke aus dem neuen Sortiment. Jetzt habe ich hier noch alle Essensnagellacke, die, ja, so ein bisschen spezieller sind. Oder die ich mal aus einer LE gekauft habe. Und damit fange ich jetzt mit diesem hier an. Und das ist, ähm, ein Nagellack aus der Snow White LE. Und das ist die Farbe 01 Snow White. Und das ist halt so ein richtiger, klassischer Rotton. Finde ich sehr, sehr schön, aber denke ich, muss man nicht aus einer LE kaufen. Den hat mein Freund mir nur damals geschenkt. Und, ja, kann man aber sicherlich auch von anderen Marken einen ganz normalen Rotton kaufen. Diesen Special Effect Topper hier, den finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist so ein Glieder, würde ich sagen. Ist natürlich durchsichtig, weil es so ein Topper ist. Und da sind halt ganz, ganz viele holographische, ähm, Partikel drinne. Finde ich sehr schön. Äh, diesen Schlammton hier aus der BeLoud LE, der sich dann nennt, 04 Like a Stone in the Wall. Äh, den finde ich wirklich auch ganz, ganz toll. Und, äh, ist hier halt sehr neutraler Ton. Äh, ganz im Gegenteil zu dem hier. Das ist aus der Metal Glam LE von Essence. Und das ist die Nummer 01 Stealing the Thin. The Thin? Was ist mit meinem Englisch los? Stealing the Thin. Und, ähm, den finde ich auch ziemlich krass. Und, ja, ich würde sowas immer nur auf einem Finger tragen, so als Hingucker quasi. Der Nagellack hier ist, äh, kein Fehlkauf, obwohl er Apricot ist, aber in einem Orange quasi der, äh, das bei mir erträglich aussieht, also gut aussieht. Das ist die Nummer 04 Icylicious. Und, ja, finde ich sehr schön. Dann habe ich hier zwei Nagellacke aus der Beauty Beats, aus dieser Justin Bieber LE. Und das ist zum einen die Nummer 02 I'm Backstage. Das ist, ähm, ein Mint-Ton, äh, aber mit einem, ja, so einem Perlmutt-Schimmer. Und das hier ist die Nummer 04, ähm, Groovy at Heart. Und das ist so ein bärestichiger Rotton. Also, man sieht das auch schon im Vergleich. Das ist ein klassisches Rot und das ist mehr so bärestichig, pinkstichig. Ähm, dann habe ich hier zwei Nagellacke, die man gar nicht mehr kaufen kann. Und das ist von Essence der 04 Pretty Matte in so einem Apricot-Ton und der Essence French Nude in der Farbe 05 Simply Nude. Und das sind diese Nude-Nagellacke. Da hatte Essence mal, ähm, einige von. Ähm, extra so eine Abteilung nur für so Nude-Nägel und French und sowas. Und das gibt es aber nicht mehr. Auch einer meiner liebsten Nagellacke ist hier von Essence aus der Crystallized, äh, die Nummer 03 Iced Age Reloaded. Ähm, die gab es, glaube ich, 2010. Der ist schon sehr alt, aber ich finde ihn wirklich immer noch ganz bezaubernd. Falls ihr euch fragt, was da noch immer für kleine Nummern da draufstehen, die ich da selber draufgeschrieben habe. Hier zum Beispiel auch. Das ist einfach, ähm, ich habe die alle nochmal auf dem Nagelrad oder jedenfalls die meisten davon. Und, ähm, wenn ich mir dann einen Nagellack aussuche, kann ich mir das anhalten und dann kann ich mir die dementsprechend der Nummer raussuchen. Deswegen habe ich die alle selber nochmal beschriftet. Das hier ist auch einer meiner drei liebsten Nagellacke. Ähm, das ist die Nummer 03 Hot Fruit Punch aus der Home Sweet Home LE. Die auch, ich glaube, 2011 rauskam. Auch schon sehr alt. Es ist ein wunder, wunder, wunderschöner Beere-Ton. Ich liebe solche Farben. Und dann habe ich auch noch von Essence einen Nail Art Cracking Topcoat in der Farbe 03 Crack Me Blue. So. Und, äh, der hier hat sich auch noch versteckt. Den habe ich aus einer LE, die es jetzt wieder gab zu Weihnachten. So wie das hier auch eine Weihnachts-LE war. Ihr seht, die Farben sind sich sehr ähnlich. Deswegen bin ich sofort wieder drauf angesprungen. Und das ist ein Color Nail Polish hoch 3 in der Farbe 01 Joy to the World. Und das ist einmal ein Beere-Ton und ein Goldton. Und man kann die aber auch übereinander tragen. Und das sind jetzt so meine Special und LE-Nagellacke von Essence. Da ich ihn vorhin vergessen habe, bei meinen Red & White Nagellacken unterzubringen, zeige ich ihm jetzt hier nochmal. Das ist so ein blauer Nagellack in einem, ja, hellblau, würde ich sagen. Und da sind auch ganz, ganz viele Glitzerpartikel drin. Und das ist die Farbe, ähm, Blue Wants to be a Millionaire. Und, ähm, finde ich auch sehr, sehr schön. Und die restlichen Nagellacke, die ihr jetzt hier seht, sind von Vivalde Loop. Und da habe ich einmal den French Manicure White Look Nagellack, einfach für French Nails. Und dann zwei aus dieser Mini-Collection. Und das ist die Farbe 05 Violet Star. Violet, ganz glitzerig. Und, ähm, den hier finde ich auch ganz toll. Das ist so ein superschöner Türkis-Ton. Und das ist die Farbe 022 Ibiza Look. Und den hier habe ich auch mal aus einer LE gekauft. Und das ist so ein, ja, bronzefarbener Goldton. Irgendwie so gemäßt aus der Sparkling Nights LE. Und das ist jetzt hier die Nummer 01 Be Famous. Und das war es dann auch schon mit meinen Vivalde Loop Nagellacken. Davon habe ich nämlich nicht so viele. Das sind jetzt meine Nagellacke, die ich noch in, ja, unterschiedliche Kategorien einordnen müsste, um sie zu zeigen. Deswegen, äh, also aufzuteilen würde hier keinen Sinn machen, weil es einfach so viele unterschiedliche Marken sind. Und deswegen fange ich einfach mal an. Dieser wunderschöne Flieder-Ton, den ich auch sehr, sehr gerne trage. Den habe ich von der Mutter von meinem Freund geschenkt bekommen, von den Eltern von meinem Freund. Der ist von La Cora Beauty. Das könnt ihr bei Aldi kaufen. Und den finde ich wirklich schön. Und ich kann ihn auch nur von der Haltbarkeit empfehlen. Ähm, dieser Rosé-Ton ist von Hema. Hat auch keine Farbbezeichnung. Ähm, dieser Türkis-Ton, den habe ich zuerst gehabt, bevor ich mir den von Essence gekauft habe. Den habe ich geschenkt bekommen von meiner besten Freundin. Und das ist die Farbe 602 Pearl Dejaat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, das hier ist einer von LCN. Den habe ich damals bei meiner Nagelflegerin gekauft. Ich weiß nicht, wo man die Marke noch kaufen kann, ehrlich gesagt. Dieser superglitzrige Ton hier ist von Claire. Da sind ganz viele blaue und rote Glitzerpartikel drin. Ne, finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, diesen tollen Pflaumeton ist von... Äh, dieser tolle Pflaumeton ist von Maybelline. Das ist die Nummer 164 Noir de Galle. Noir de Galle. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Egal. Und diese zwei Töne hier sind von Bijou. Und das ist die Nummer 197 und das ist die Nummer 121. Das ist übrigens hier so ein, ich würde sagen, ein Dupe zu dem Essie Marshmallow. So heißt der, glaube ich. Und diese zwei ganz wunderbaren Nagelacke, dieses superknallige Neonrot und dieser ganz besondere Türkiston mit so einem Schimmer drin. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Ähm, der rangiert so ein bisschen. Die sind beide von Primark und sind mit einem Perlenset gekommen, was ich euch gleich noch zeigen werde. Dann habe ich jetzt nochmal meine ganzen Über- und Special-Lacke quasi für euch. Dann habe ich hier von Essence den Studio Nails Pro White Rose Rosé Unterlack. Finde ich sehr gut. Genauso wie den Essence Studio Nail 24-7 Nail Base. Die kaufe ich mir eigentlich immer nach. Den habe ich mal aus Versehen gekauft, aber finde ich auch sehr gut. Und dann habe ich hier nochmal ein P2 Gel Refill, die ich immer als Überlack nutze. Deswegen habe ich immer ein Backup quasi zu Hause. Kann ich euch empfehlen besser als jeder Überlack meiner Meinung nach. Ich besitze aber noch den Essence Gel Look Top Coat, der meiner Meinung nach gut ist. Auch sich wie Gel anfühlt, aber viel zu lange braucht zum Trocknen. Da habe ich allerdings aber immer Probleme mit. Seitdem ich den habe, nicht mehr. Und dann habe ich hier noch von Essence den Studio Nails Better Than Jail Nails Top Sealer Fast Dry. Äh, ja, der ist so fast dry, dass er mir schon festgetrocknet ist. Ich habe den auch nur noch hier gehabt, um ihn euch jetzt zu zeigen. Ich werde ihn nach diesem Video wegwerfen. Und dann habe ich von Givalde Loop den Rillenfüller. Und da ich eine ganze Zeit lang mal Probleme mit meinen Nägeln habe, dass die sehr rillig waren. Ähm, gerade an meinen Fußnägeln habe ich das an einem Nagel. Und ich finde es immer schöner aussieht, wenn man seine Fußnägel schön ordentlich lackiert hat. Zum Beispiel bei der Nagelflegerin oder halt auch selber. Und, ähm, da habe ich mir den dann halt für gekauft. Und dann habe ich hier noch zwei Top Coats von L'Oreal Paris. Und zwar einmal den Konfetti Top Coat, den ich wirklich wunderschön finde. Es ist einfach schwarz und weiße Konfetti-Stückchen drin. Und den, ähm, Matt Top Coat von L'Oreal Paris, den ich jetzt ausführlich getestet habe, über eine Woche lang. Ich kann ihn euch empfehlen. Er ist super toll. Er löst sich nicht ab. Der Matteffekt lässt sich nicht nach. Er lässt sich super auftragen. Und er macht eure Nägel wirklich matt, wenn ihr darunter zwei Schichten eures Nagellacks tragt. Und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Er splittert auch nicht extrem schnell ab oder sowas. Das Einzige, was ihr beachten müsst, meiner hat sich leider ein bisschen verfärbt. Ihr müsst den Nagellack, den ihr unten drunter habt, wirklich zu 120% trocken haben. Ansonsten verfärbt es euren Mattenüberlack. Aber ansonsten ein Top-Produkt und kann ich euch wirklich empfehlen. Dann dachte ich, zeige ich euch auch nochmal meine OPI-Nagellacke. Auch wenn ihr sie jetzt wahrscheinlich hier drinnen nicht so gut erkennen könnt. Das ist ein Nude-Nagellack, ein dunkelgrauer Nagellack, ein dunkelvioletter Nagellack und ein dunkelblauer Nagellack. Und ja, sie sehen so aus. Die hat mein Freund mir geschenkt. Die sind aus der Germany's Collection. Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von den Nagellacken. Der Pinsel ist nicht gut. Der Auftrag hat mir nicht gefallen. Und die Haltbarkeit ist wirklich auch nicht gut. Ich werde diese jetzt nur noch für Nageldesigns benutzen und die mit meinen Nageldesignpinseln quasi auftragen. Aber für mehr finde ich sie leider nicht geeignet. Was ich sehr, sehr schade finde, weil mein Freund sehr viel Geld dafür bezahlt hat. Finde ich wirklich blöd. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal, was ich sonst noch hier so rumfliegen habe. Und zwar zwei Packungen von den Studio Better Than Jail Nails. Und ja, diese Tipps, um die halt vorne drauf zu geben auf die Nagelspitzen, habe ich noch. Weiß ich noch nicht, ob ich sie aufbrauchen werde. Dann habe ich solche French Manicure Klebeschablonen, die ich wirklich gut finde. Dann so einen Stift, womit man halt Nägel bemalen kann noch oder was draufschreiben kann. Dann meine Essence Studio Nails Rosewood Sticks, die ich mir immer wieder nachkaufe, um zum Zurückschieben meiner Nagelhaut. Hier habe ich nochmal den passenden Kleber für die Tipps. Dann habe ich mehrere, das ist jetzt nur ein Beispiel, mehrere dieser Schablonen und den passenden Abzieher für Nageldesigns und den Stempel. Dazu habe ich natürlich auch noch. Das sind die beiden Perlen von Primark, die ich eben gerade schon erwähnt habe. Finde ich super gut. Ein Set mit solchen Perlen kostet dort, glaube ich, 2,50 Euro. Dann kriegt ihr solche Perlen und einen passenden Nagellack dazu. Hier diese Nails, äh, diese, ja, diese Perlen von Essence habe ich auch noch. Das ist, glaube ich, irgendwas mit, steht die Farbbezeichnung drauf? Nein, steht leider nicht drauf, aber irgendwas mit Candy Shop heißen die, glaube ich. Müsst ihr einfach mal schauen. Dann habe ich hier noch so einen Essence, ähm, Tip Pointer, Painter. Und, äh, für meine Nagelflege habe ich drei solcher Öldinger. Und zwar kann ich euch die einfach mal einzeln zeigen. Das ist von P2 der, ähm, Nail Wax, Wax, wie auch immer. Ähm, sieht so aus. Ist halt zum einen Creme des Nagelbettes. Dann habe ich als nächstes von P2 das gelbe antiseptische Nagelhautpflegeöl. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Ist auch richtig gut. Und zuletzt von Essence das Caring Nail Oil, die Nagel, das Nagelpflegeöl, was ich auch einfach nur empfehlen kann. So, meine Lieben, ich hoffe jetzt, dass dieses Video euch gefallen hat. Und wenn das so ist, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr, ja, sonst noch irgendwelche Sammlungen von mir sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Und ich hoffe ansonsten, ähm, ja, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dann, alles Gute. Tschüss. Tschüss.